So, jetzt kommt mal wieder was Klammermusikalisches, nämlich Fantasiestücke für Klarinette und Klavier, Okus 43, auch da bin ich leider nicht in der Lage, es sind vier Stücke Ihnen, die alle vorzuspielen, weil wir dann wieder in Zeitbedrängnis kämen. Wenn wir hinterher überraschenderweise noch übrig haben, kann ich ja noch was nachreichen. Aber jetzt zunächst hören wir also nur zwei, nämlich das dritte und das vierte, also Ballade und Allegro Moltoviva. Ich lasse das auch durchlaufen, Sie merken schon, wenn das neue beginnt. Musik 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 noises Musik ズ Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020